Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karfshorst gelangt. Mit dem Angriff Steinders wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sieht sie? Der Angriff Steiner hat mir verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist dem Zweite als ein Haufen niederverrestiger Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ich sage Feiglinge, verheizte Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur umzuladen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmöhe Aktionen nur behindert! Es hat mich denen nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Und Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich verliehe von der Akademie! Sie mögen an irgendein deutschen Volkern! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden ersaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! D ξ dean, wie es Sie wollen! Darum, wenn Sie gehen, Biblebeschern will dasher! prosecut nicht Marilyn, den Sie, wie ich es nehme! Dreh aus истории! まず. Vielen Dank.